Sehr geehrte Damen und Herren, Willkommen zum 52. Video der Reihe Programmierschule. Heute wollen wir wissen, was eine Programmierschnittstelle ist. Hierzu lernen wir. Eine Programmierschnittstelle, häufig nur kurz API genannt, ist ein Programmteil, der von einem Software-System anderen Programmen zur Anbindung an das System zur Verfügung gestellt wird. Im weiteren Sinne wird die Schnittstelle jeder Bibliothek als Programmschnittstelle bezeichnet. Das war es für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann liken und teilen Sie ihn bitte und abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank.